EMS Elektromuskelstimulation geht sie hin wo ich hingehe. Die ist schon bekannt auf der ganzen... Natürlich hat sie die Leck in an. Natürlich hab ich die Leck in an. Guckst du dich das? Da 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 da. Die ist genial. Für Bert Eagle. Das haben wir gehört. Sie können ja da alles machen in der Hose. Gucken sie sich das an. Beine bis zum Himmel. Ja, aber das liegt an der Leck. Schauen sie sich das an. Es geht noch. Wissen sie, hier kriegen sie schon aus. Ich mach gleich meine Liegenschützen doch. Ich rutsch ab. Heute wäre ich ja eigentlich beim Trainieren... Ich arme Sau, verstehst du? Ich mach zwei Wochen nicht. Echt leicht schwitzig. Ist es euch klar, dass wir noch... Gut. Also... Haben wir das auch erledigt? So. Gott, das mache ich jetzt nicht. Weil ich sollte sehen... Ich sag Ihnen, mit den Leggings geht alles. Kommen sofort die Muskeln auf, sehen Sie? Kommen Sie sofort raus, Timo. Das sollten wir jetzt immer machen. Ich muss mal gescheit anspannen hier. So. So. Jetzt haben wir uns zur Schau gestellt. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir nochmal... Jetzt schaue ich jetzt meine Schuhe wieder an. So, und gucken uns mal endlich dahin der Geggings an. Jetzt schauen wir mal sie wieder an. Hüllen meine Schuhe an. So. So. Na? Das ist jetzt eine 38. Genau richtig. Weil ich das so cool finde. Ja. Wenn das dann länger ist, wenn es locker ist. Ja, 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 ja. So soll es auch sitzen, ja.